Ihr Kreuzband ist gerissen? Meist ist eine Operation notwendig. Schließlich wollen Sie Ihr Kniegelenk wieder ganz normal belasten und auch wieder Sport machen. Mehr zur Kreuzband-OP erfahren Sie hier. Hallo, ich bin Stefan Preiß. Ein Kreuzbandriss ist eine recht gravierende Knieverletzung, vor allem wenn Sie gern Sport machen. Ohne adäquate Behandlung droht häufig nicht nur das Sportliche aus, vielmehr auch, und das ist besonders gravierend, eine frühzeitige Arthrose. Aber was bedeutet adäquate Behandlung? Informationen darüber, wann und wie Ihr gerissenes Kreuzband gegebenenfalls ohne OP, das heißt konservativ behandelt werden kann, finden Sie auf einem gesonderten Clip hier auf unserem Kanal. Den Link dazu blende ich Ihnen hier ein. Hier geht es jetzt um die Operation. Die ist immer dann notwendig, wenn Ihr Kniegelenk durch den Kreuzbandriss deutlich instabil geworden ist oder Sie einen relativ hohen körperlichen Anspruch haben, das heißt gerne und regelmäßig Sport machen. Das gilt natürlich umso mehr, wenn Sie noch jünger sind. Aber der Reihe nach. Das vordere Kreuzband ist ein wichtiges Stabilisierungsband in so einem Kniegelenk. Reist es, müssen wir Knie-Spezialisten zunächst exakt bestimmen, wie instabil Ihr Kniegelenk dadurch geworden ist. Ein objektives Maß ist die sogenannte Rollimeter-Messung. Eine Kreuzbandoperation ist in aller Regel dann notwendig, wenn das natürliche Gelenkspiel, das ist normalerweise drei bis vier Millimeter, sich bei dem verletzten Kniegelenk verdoppelt hat oder noch ausgeprägter ist. Eine Operation ist auch immer dann notwendig, wenn das MRT zeigt, dass zusätzlich andere wichtige Strukturen des Knies, wie beispielsweise der Meniskus oder der Knorpel verletzt wurden. Am häufigsten zerreißt das Kreuzband in der Mitte. Da es an dieser Stelle nicht heilen kann, muss es durch eine Sehne ersetzt werden, die man zuvor an einer anderen Stelle ihres Beins entnimmt. Im Jargon spricht man von Kreuzbandplastik. Nicht etwa, weil Kunststoff, das heißt Plastik, eingesetzt wird, sondern vielmehr, weil es sich um eine sogenannte plastische Maßnahme handelt. Eine solche Kreuzbandersatzoperation erfolgt arthroskopisch. Zunächst wird hierbei das gerissene, nicht mehr funktionsfähige vordere Kreuzband entfernt. Zum Ersatz des Bandes entnehmen wir Kniespezialisten dann über einen kleinen, circa drei Zentimeter großen Schnitt entsprechendes Sehnengewebe. Es bieten sich hier unterschiedliche Sehnen an. Wenn Sie es medizinisch exakt wissen möchten, am häufigsten verwenden wir die Semiteninosus- und Grazilissehne. Das sind Sehnen von Muskeln auf der Oberschenkelrückseite. Alternativ nehmen wir Teile der Quadrizeps- oder Patellarsehne auf der Knievorderseite. Welche Sehne in Ihrem Fall die geeignetste ist, besprechen Sie am besten mit Ihrem Kniespezialisten. Nach entsprechender Präparation ziehen wir dann die Sehne durch je eine Bohrung im Unterschenkel und im Oberschenkelknochen passgenau ein und fixieren Sie dort. Die Fixierung erfolgt mit schraubenartigen Implantaten, sogenannten Interferenzschrauben. Sie bestehen heutzutage meist aus bioresorbierbarem Material, das heißt einer Substanz, die nach und nach abgebaut und durch nachwachsenden Knochen ersetzt wird. Alternativ kann die Fixierung zum Beispiel auch mit kleinen Titanplättchen einem sogenannten Endobutton erfolgen. Im Rahmen des Heilungsprozesses wächst das Transplantat in den Knochen ein und übernimmt die Funktion des ehemaligen Kreuzbandes. Die Kreuzbandplastik, das heißt der Ersatz des gerissenen vorderen Kreuzbandes durch eine Sehne, ist in den letzten Jahren immer mehr perfektioniert worden und hat sich als Standardverfahren etabliert. Zahlreiche wissenschaftliche Studien zeigen nach einer solchen Operation hervorragende Ergebnisse. Und wenn der Schaden in Ihrem Knie erstmal repariert ist, sollte auch Ihnen nichts mehr im Wege stehen, dass Sie wieder ganz normal Sport machen. Eine hochinteressante Alternative zur Kreuzbandplastik, das heißt dem Ersatz des gerissenen vorderen Kreuzbandes durch eine Sehne, stellt das Liga Brace-Verfahren nach Dr. von Högen dar. Hierbei geht es um die biologische Heilung des gerissenen Kreuzbandes. Was hinter diesem neuen, innovativen Verfahren steckt, das, und da sind wir ziemlich stolz drauf, von unserem Kreuzbandspezialisten Jan von Högen hier in der Klinik am Ring entwickelt und erforscht wurde, finden Sie in einem gesonderten Clip auf unserem Kanal. Übrigens finden Sie dort auch interessante Informationen zur Nachbehandlung Ihrer Kreuzbandoperation. Und damit Sie immer gut informiert bleiben, abonnieren Sie ihn am besten direkt. Bleiben Sie gesund, Ihr Stefan Preiß. So, È moment Spain ist mucho da, wenn Sie uns bei der Inflation ver88 beneficihaften sich Er stora wie fünf Veерхband umfünde ausdrücken kann, abseh geroz Fortbox. So, amis, fünfk cod an Wurf Freudeband oder ihr Initially war unsere volta aber bleibt. So, ich habe kein什么 Ol� aguínas von followersrigentgeist. Daskeeping ist gut ein Wort bescheid ved vorbereitet ist es Wolverham oder nicht. So, ich habe jetzt, pu habe ich ein wenig auf in Frageformation.